Yo, herzlich willkommen, ich bin Sawyer Spooky und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht wieder im Hintergrund, wie ich mir ein DLC widersuche und ganz klar, es ist das ganz neue DLC von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 und es heißt Spezial Outfit Paket und ja, da sind mächtig Kostüme drin, die auch echt funny sind. Und zwar sind da zum Beispiel Naruto als Cowboy, Naruto als Pirat, Naruto als Matador, Naruto als Gondoliere, Naruto im Kimono, Naruto in bayerischen Lederhosen und dann am besten noch, was ich persönlich am besten finde sogar, Sasuke als Napoleon. Ey, das ist da Hammer. Also das Napoleon Kostüm finde ich wirklich am besten und natürlich die bayerischen Lederhosen. Und ich finde es Hammer geil, dass die Japaner da ein bisschen an uns gedacht haben. Oder besser gesagt CyberConnect. Und ich finde es einfach Hammer. Und ja, mich würde es interessieren, holt ihr euch das DLC, holt ihr es euch nicht, wie findet ihr es? Ja, findet ihr es sinnlos, findet ihr es cool oder keine Ahnung, schreibt mir einfach alles in die Kommentare, es interessiert mich wirklich. Ich lese auch wirklich jeden Kommentar und ich kann auch nur wirklich wieder sagen, ich werde mir jedes DLC holen. Ähm, ich habe jetzt nur noch 2,06 Euro auf meinem Konto. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt wieder Geld drauf kriege, weil sonst kann ich mir kein nächstes DLC holen. Außer es kostet jetzt das nächste 1,99 Euro. Und mal gucken, was das nächste DLC sein wird. Und ja, ihr seht jetzt hier einfach noch ein paar Bilder gleich, wie die ganzen Charaktere aussehen. Und wie gesagt, mich interessiert eure Meinung, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.